hallo und herzlich willkommen sechsockte sims vor und ich hoffe auf irgendeine art und weise familien adäquat ja heute sind wir wieder mal bei dem stamm der quantums an die land ja den stamm den quantums ja und da wollen wir mal schauen was unsere nette damen hier machen kann von einer geschichte ermutigt und wie schön das ist und so ermutigt sie ist darf sie laufen geschwälterweise mit brust und einem himself ja was macht einem selbst ihr wisst es schon ich denke ihr habt schon eine ahnung skulptur erstellen ja wir stellen stellen skulpturen her von dem man definitiv nie genug haben kann ich bin fast nämlich am überlegen ob wir aus den drachen skulpturen vielleicht eine art sound bauen sollte sie muss mal gucken wie sich das nachher darstellt gucken wir uns das mal an wir machen jedenfalls erstmal jede menge skulpturen mach mal kurz mehr playtaste genau jetzt kann ich mal auf pause machen jetzt hat er nämlich die angenommen und kann nochmal skulptur herstellen genau da haben wir das maximum an skulpturen hat funktioniert so ist das gut und unsere nette junge dame hier miss robots darf mal gucken ob hier vielleicht pflanzentechnisch was funktioniert können wir ja was entwickeln können wir was machen es ist hier einiges am blitzeln das ist sehr schön das heißt wir können da natürlich auch was machen so was wollen wir machen wir wollen erstmal alles bewässern und wir können auch alles ernten und damit sollte die junge dame ja oh was ist denn da los was ist da passiert keine ahnung nein ich weiß es auch nicht irgendwas ist passiert was auch immer gut junge dame wie sieht es denn hier aus mit den familienclan versammlung können wir mal starten dann kriegen wir nämlich punkte rein und sie kriegt halt dadurch halt auch den boost dass sie ein bisschen mehr punkte bekommt fürs machen und tun was sie halt so macht und tut man kennt ja wie es ist man muss das ja auf irgendeine art und weise effektiv gestalten hier dass das ganze hier mal ein bisschen klappt wie sieht es denn überhaupt aus ah ja da sieht es so weit aus was muss sie denn erreichen oh ja die muss level 10 erreichen level 7 hat sie sie sollte noch eine kuh pflanze machen und zehn ausgezeichnete pflanzen entwickeln ja da müssen wir mal schauen dass wir das irgendwie hinbekommen wie auch immer ja die holzverarbeitung verbrachte verbrachte zeit hat sich wirklich ausgezahlt sieben winter der sims nach ja kennen wir ja ich muss mal gucken ob er das jetzt mittlerweile jetzt funktioniert wir hatten ja das problem gehabt dass das irgendwie nicht funktioniert hat jetzt werden wir mal die ganzen schrott hier mal los ja da können wir ja alles mal halt ja da sind die figuren nur drin das können wir weg machen die elemente behalten war mal genauso wie das alien das behalten wir auch mal da haben wir die klonmaschine so die kröte können wir mal weg machen als der toll dass das jetzt klappt was ist denn das hier ach das sind die dinge also die gehalten war mal die gänse blübchen ach wisst ihr was das machen wir auch mal weg so jetzt passiert irgendwas oder auch nicht hallo begrüßungskomitee ach jetzt kommen hier noch gäste weil wir jetzt zurückgezogen sind ich verstehe ja sehr schön dass jetzt hier gäste kommt 39 dinge so weg damit die tanzmasse kann auch weg so so wisst ihr was sie hier kümmert sich jetzt um die gäste hallo frau gast das ist wissen dass das ist frau ellis benzer kim wie sieht denn die junge dame aus joa man kann das so machen wie sie rumläuft also so tattoo auf der armseite es ist sehr erstaunlich wie viele leute ich jetzt mittlerweile so mit kompletter armtattoos oder beintattoos rumsehen laufen das ist sehr erstaunlich ist echt jetzt wirklich die modewelle geworden einerseits finde ich es ja super interessant die frage ist ob es auch tattoos gibt die nicht ewig bleiben sagen wir sondern nur so für ein halbes jahr und dann verbleichen oder sowas das wäre für mich eine alternative weil so auf ewigkeit mit dem gleichen bild würde ich nicht herumlaufen wollen das wäre nichts für mich aber wenn das mal so maximal ein halbes jahr hält damit kann man drüber reden aber jetzt auf ewigkeit wenn ich vorstelle ich hätte die ewigkeit dieses muster drauf das wäre ja schon der wahnsinn das ist ja warum ist jetzt die wand wieder reingegangen so sehr merkwürdig ja so gut dann wollen wir mit dem mal hier herein bitten nach bern herein bitten so meine qualitätssicherung sagt gerade es gibt tattoos die ein halbes jahr halten weil ich hätte ein paar motive die ich würde ich dann sozusagen testweise wirklich mal ausprobieren es sind von mir selbst gezeichnete drachen bilder oder auch so eine echse oder sowas so kommen sie mal bitte rein wer ist denn das eigentlich das ist der herr von uns zu pause taste wer ist denn das ist der herr eric levels hallo herr eric levels können wir mal da freundlich vorstellen und dann bei ihr auch noch mal bitten zu gehen ein tratschen ja fürs kommen danken können wir auf jeden fall mal machen hallo liebe nachbarn ja so ist ein eine 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 sehr freundliche androide ne wo man so sagen es ist ja ist ja mehr roboter als mensch mittlerweile keine ahnung bionis sagt gerade meine qualitätssicherung das ist bionisch da gab es doch mal so eine serie in den späten 80er jahren im fernseher bei bionic team oder sowas war gut eine banane es geht um bananen so können wir die leute hier besser kennenlernen mehr auswahl freundlich anderen sims nee auf wiedersehen anbitten wolken schauen was haben wir denn noch hier kennenlernen genau das wollte ich gerne mal haben hallo so kommen danke das machen wir auch bei ihnen mal und dann mehr auswahl freundlich sie liebt die natur das ist sehr schön sie liebt die natur und da können wir dann auch mal kennenlernen was mit den herrn los ist was der mag oder nicht mag ja und da ist er wieder der leckere freundliche gourmet obstkuchen das ist anscheinend besser er ist ein vielfraß ist ja geiles kino interessant deshalb hat er sich auch gleichen gartensalat geschnappt ein vielfraß so wie weit bin ich oben mit der verarbeitung läuft noch wie sieht es hier aus sie ist eigentlich so weit oben mit dem training fertig denke mal sehr das beendet war sie ist dann da können wir mal runter dann werden wir mal sie hier mal mit ihr hier bekannt machen das heißt freundlich vorstellen und dort auch mal bitte mal freundlich vorstellen so maya müller kommen sie mal ran das sieht echt sympathisch auch wenn es ein vielfraß ist kann ich mir aber bei der körperfigur nicht wirklich vorstellen ja ein bisschen kräftig ist er schon aber dick nicht unbedingt ja er hat die musik angemacht macht die immer mal ein bisschen leiser auch ist schon mittel okay wird schon so richtig sein warte mal die ist jetzt zu laut für mich gerade mal nächstes lied lautstärke ändern und mal so das reicht mir ja so outfits aktion die quatsch so sie darf nämlich dann auch mal kennenlernen hallo komme fürs danken die danken fürs kommen freundlich nach karriere fragen nö kennenlernen da haben wir es genau und ihn mal auch kennenlernen freundlich suche suche so noch ein weichen karriere nie kennenlernen natürlich sie ist kreativ sie mag die natur und sie ist kreativ das ist sehr schön schöne kombination und sie unterhält sich über wasser und selbst sicher okay gut dann darf sie hier mal raus weil frau oma kümmert sich jetzt um die gäste aber es muss sich ja auch jemand und die pflanzen kümmern da wollen wir mal gucken wie sieht es denn aus blinkt denn hier irgendeine pflanze die hier blinkt blinkt die auch kann man hier weiterentwickeln 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 ich sehe es gerade nicht veredeln ernste veredeln veredeln mehr auswahl sie müsste hier gehen eigentlich weiterentwickeln das ist eine gute sache was haben wir da aha 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 nix wie sieht es da aus ableger nö auch nicht das scheint wirklich die einzelplätze hier sehe ich auch kein blitzen oder so blinken machen tun wie sieht es denn mit bewässern aus nö ist ausgegraut obwohl es so hell ist es irritiert na gut dann entwickle die mal weiter sehr schön du kannst doch mit der pflanze mal sprechen geht das mehr auswahl veredeln düngen mehr auswahl pflanze sprechen da ist es sprech mal mit der pflanze ich weiß nicht ob dadurch irgendwelche skills besser wären da leuchtet zumindest mal was mal sehen was da hoch geht es geht hoch gartenarbeit anscheinend oder 50 59 ok 59 60 tatsächlich dadurch wird es besser dann quatsch mal die pflanzen hier voll so pflanze sprechen pflanze sprechen pflanze sprechen dann kriegen wir nämlich in skill auch hoch lustige sache aber ist so ok ist voll wie sieht es bei ihr hier aus ja du kannst ein training wieder machen würde ich mal sagen so du kannst hier mal bitte rein du machst hier mal ein training und ich selber wie sieht es denn bei mir aus was mache ich denn gerade ich könnte ein bisschen spaß haben wo sind die gäste sind die schon gegangen tatsächlich ah ja ich glaube es ist die zeit zu gehen man sieht sich danke für die gastfreundschaft ich wollte nämlich gerade auch noch mal darum kümmern gut das heißt den kuchen den werden wir mal weg legen das hier werden wir mal aufräumen und das werden wir auch noch mal aufräumen dann ist das ganze mal ein bisschen sauber ist gar nicht mal so grundverkehrt apropos grundverkehrt ich hatte doch schon wieder mühle draußen ja war oder wie war das hier ist es jetzt nicht das war bei dem alten grundstück stimmt wurde gleich an der seite gelegen hatte liegt eigentlich der mühle jetzt hier eigentlich draußen immer noch tatsächlich guck mal der ganz alte mühle liegt noch hier draußen also wie gesagt wenn ihr wisst wie ich das hier wegwerfen kann oder entsorgen kann das hier da gibt mir bitte mal den tipp ich weiß es nämlich nicht es geht nicht im baumodus es geht irgendwie gar nicht es ist sehr ärgerlich dass es da liegt es ist immer noch der ganz alte mühle ich muss die teller schon weg sein mehr oder weniger oder so gut hunger spaß sozialitäten wo ist denn maya müller stimmt sie ist da oben beim training das heißt du kannst ja jemand mit ihr unterhalten während sie das training macht über die gruppe kannst du mal machen dann logik rätsel dann witz über aliens ziehen dann gummi speisen das ist auch wie sie macht training und der macht gummi speisen tratschen tag verschönern und warte schlange voll irgendwie spricht da nicht mit ihr ach jetzt doch okay ich wollte schon sagen werden die mal bitte mal quatschen oder was ist da los gut wie sieht es bei ihr aus diesmal und pflanzen rumquatschen post bekommen keine und sie ist kurz vorm level ab wie weit ist sie denn dann sieben von zehn jude das heißt sie kann die pflanze weiter bequatschen quatsch quatsch noch ein weichen dann kommt die getami mit dem ackeweichen sehr schön gut wenn es läuft dann läuft es aber dann läuft es gewaltig das ist sehr schön mir gefallen die farben von der pflanze hier das ist cool aus vielleicht weg wieder noch mal so eine art bunker anlage mit einem geheimen garten machen oder sowas müssen wir mal schauen und dann gibt es ja sowieso bald auch ja der will herbst geht bald so richtig los also hat ja so jetzt in der anfangszeit man merkt es jetzt am wochenende wieder langsam runter geht mit dem wetter müssen wir schauen wie sich das entwickelt wo ich das wetter sei wo den garten nicht allzu verändert werden das sind die elfen bei den elfen ist ja so der ist ja sowieso ein zaubergarten oh hier kann ich veredeln oder was ja weiterentwickeln gerne so die pflanze ist jetzt sowas von folge quatsch die kann sich noch nicht mal gegen wehren ja da sehe ich schon da kommen die nächsten pflanzenschützer und sagen zu mir ja exoße quatsch die pflanzen hier voll und das ist ganz schlimm und die kann sich noch nicht mal wehren die kann auch nicht mehr weglaufen ja das kann sie nicht gut wir sehen uns morgen jedenfalls wieder deshalb in den sinn euch alle einen schönen tag bleibt soweit gesund und ja quatsch die armen pflanzen hier voll tschö tschö